Das ist doch schon viel angenehmer mit Dagenlampe. Oh, hier geht es aber tief. Ne, doch nicht. Dunk. Alter. Muss das immer so laut sein? Du kannst aber jedes Mal drauf rein, oder? Ja. Das ist wie mit den Jumpscare-Dingens da. Komm, mach mal auf die Hütte. Komm, zieh. Warte, ich bleib. Au, schieb mich halt weg. Hilfe. Ich bin grad dezent in die Luft geflogen. Hätt' den schon mal das letzte Mal gesehen gehabt hier? Und müssen wir woanders rein? Hier waren wir noch nicht. Chance. Also nicht, seitdem wir das jetzt wieder spielen. Ne, ich mein' in der Alpha. Ja, da waren wir hier auch. Aber da sind wir anders rein, ne? Ne, oder? Die hängen aber ganz schön ab hier. Achso. Sind das auch wieder Piñatas hier? Ich glaub, hier waren auch wieder Babys, ne? Jo, das sind Piñatas. Extra Loot. Piñatas. Das ist die Staubsaugen. Komm, sie ist raus. Doch, hier kommt Geld raus. Warte mal, bevor du die Keycard nimmst. Ja, das ist mal ein Speckstück. Ich müsste mal was... Ne, obwohl. Ja, wir können auch hier was kochen. Ist ein Kochtopf dabei? Klar. Hier ist los zu trinken. Perfekt. Also ich brauch glaub ich die nächsten vier, fünf Nächte nicht mehr schlafen. Jo. Hast du Wasser? Ich mein' es regnet ja gerade, ne? Oh, ich glaub ich hab' ein bisschen Fleisch rausgeworfen. Kann das sein? Ich war das. Wasser. Kann ich Wasser hier? Ne, leider nicht. So lange hatten wir das Fleisch jetzt gar nicht dabei. Wow, anderthalb Tag? Zwei Tage fast? Na gut, dann nehm' ich eine Hilfe da mit. Ja, wir kochen ja schon nix. Na toll. Gut, esse ich halt so'n Chunkwürfel. Da macht Energy. Oh. Crunchchips, äh Crunchies, her damit. So, hab ich jetzt hier soweit alles? Äh, hast du hier schon die Leiche geplündert? Hier liegt? Da waren noch ein paar Pfeile drin, glaub ich. Hm. Hat er gesagt, noch nicht Karte durchziehen. Achso. Das hast du vor uns gesagt. Ne, ja. Da hab ich's gemacht. Ja, ich erinnere mich ganz dunkel an so ne böse Aktion. Irgendwas war hier, also ich meine auch. Ja, Babys sind schon mal da. So ne Hand voll. Achso, geb ich keine Muni aus. Immer mit dem Schrot da rein geknallt. Hatte ich vorgehabt, ja. Da war doch noch so'n Flapflapvieh. Hier drinnen? Ja. Oh, hier sind noch Pfeile. Also Armbrustbolzen. Ne Menge. Warte, ich muss erst mal meine Armbrust hier angucken in Ruhe. Hier sind Energiemischungen liegen hier noch. Energiemischung plus gesammelt. Cool. Ah. Warte ich vorhin, okay. Vielleicht ess ich mal ne Konserve. Willst du alle mal weggucken? Essen, yumm. Ja, das war ja der Nachteil an der Armbrust, dass ich so ewig brauch zum Schießen. Ja. Ja. Ja, vor allem auch zum Nachladen, ne. Aber ich war trotzdem der Meinung, hier müsste irgend so'n Gamato-Otto. Oh, hier wurde was gepfeilt. Frau Pfeile gab's hier. Oh, jede Menge Armbrustbolzen sind das. Hier sind noch mehr. Ja, normal ist Armbrustbolzen und Pfeile sind ja theoretisch kein Problem. können wir ja genug Druck kennen zur Not, wenn man sie nicht wiederfindet. E10. Pff, noch ne Batterie. Äh. Oh, hier... ... ... ... ... erledigt. Ah, da macht halt die 9mm nicht so viel Schaden. Okay. Ich sollte jetzt mal aufhören damit zu schießen. Ich weiß nicht... Ey, wir könnt hier noch looten, ne? Warte, warte kurz. Ich hab nur noch 30. Jo. Oh. War doch gut, dass ich die Fackel geworfen hab. Ein Schockstab im Wasser. Das ist doch ne richtig gute Idee. Guck mal, sie hat sich meine O-Karte ausgerüstet. Ach komm. Cool. Warte eigentlich nichts mehr, ne? Ne, ist es nicht. Blub, blub. Irgendeine Keycard-Option hat man hier vorne. Erstmal hier links rein. Hier gab es irgendwas. Irgendwas war doch hier. Hier geht es hoch zum Kontrollraum. Hier kann man das Video angucken. Achso, dann war das noch das Video hier mit paften Überwachungskamera von dieser Party in dem VIP-Bereich, um die irgendwie anfangen zu tanzen. Achso, aus dem wurde der... Ah, okay. Okay, VIP-Schlüsselkarte gefunden. Liegt auf den Tisch. Tätel gelesen. Das müsste die... Ist das die Karte? Die VIP-Karte, wo wir in den VIP-Bereich reingekommen sind. Das ist quasi bei uns gleich der Bunker, ne? Ja. So, ich habe nur noch eine Notiz gefunden. Jo. Wegbeschreibung. Da oben, da unten... Irgendeine Höhle. Oh, hier ist noch Muni. Unten Schrotflintenaufsatz. Wohnbunker entdeckt. Hier. Nett. Kann ich leider nicht drauf machen, weil ich habe keine Schrotflinte. Oh. Ach. Könnte man da nicht auch die... die Gänse draufpacken? Stole zerlegen. Entschuldigung, Katz! Waste nicht regarden die Feuer-Alarm. Es ist ein verletzter Schwingler in der Storytrom. Es gibt keine Schwingungen. Hey! Was ist noch? Wo? So, das geht nicht. Doch. Nein. Oh, falscher Knopf. Nein. Oh, falsche Knöpfe. Warum? Mit dem rechts geklicke und links geklicke und da geklicke. Ja. Ich dachte, ich kann den Laser auch noch draufpacken, aber da habe ich erstmal die Schrubwinde wieder zerlegt. Ich dachte so, nein. So, die Schrubwinde fährst schon. Warte mal an der Tür auf mich. Ich glaube, ich habe eine Animation für die Schlüsselkarte. Okay. Das war die Animation. Weiße, Gamotto, Ottos. Warte mal, warte mal. Noch nicht reingehen. Ich würde mir erstmal noch ein paar brennende Molotows. Also die brennen ja normalerweise. Ja, aber ich brauche erstmal noch ein paar. Stoff, ne? Brauchst du dafür Stoff und Schnaps? Stoff und Schnaps. Ich habe noch so viele. Jetzt sieht er da blöde Stoff. Da. Okay. Kann ich nur zwei mitnehmen? Ah, ich habe drei. Äh. Kann ich mir auch noch ein bisschen mit Kleingeld Zeugs bauen? Ich glaube, irgendwas fehlt noch. Achso, C4. Jo, macht Sinn, ne? Kraftbombe. Kraftbombe. Tape drum. Jetzt kommt die Animation. Ah! Welche Animation? Du bist schon drin? Du weißt, dass hier böse, äh, Albinos sind. Ähm, das sind Zwillinge, ne? Kann halt nichts machen. Ähm, ich will nichts sagen, aber du hast zwei neue Freunde hinter dir. Ja, ich habe nur einen Schritt da reingesetzt, ey. Ja, deswegen habe ich gesagt, warte mal noch. Also du hast gesagt, ich soll die Karte nicht reinstecken. Dann kam keine Animation und dann... Nee, ich habe da gesagt, ich baue mir noch ein paar Dinge. Wie lange brauchst denn du? Ja, ich habe mir Molotows gebaut und, äh, Sprengstoff-Dingens. Wow! Bin tot. Down. Down, was du gesagt. Down. Okay, das ist schon mal vorteilig. Halbzeit. Halbzeit. Ah, ich habe einen Glitch gefunden. Ja, ich bin trotzdem gleich weg. Ja, ich... Ich kann es nicht erinnern, ich komme hier zwei... Alter. Wie hast du noch? Vorbei. Alter. Ich war an dir dran. Ich habe es gesehen. Ja, machst das schon, ne? Ähm... Jo... Äh... Schlitzen? Nein. Dann gehe ich ja wieder in den Eingangsbereich. Da kommen die nicht hin. Zumindest nicht ganz. Hm. Backpack eingepackt. Ich bin übrigens am Anfang des, äh, Bunkers. Nein, das ist okay. So, dann habe ich mir jetzt ein paar Mets rein. Das ist ja auch hin. Alles gut. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja auch von den Kassen. Dann fangen Sie an. Ja... Machen Sie an. So, ich bin unterwegs. Hochgeräst. Oh, ich sehe noch mehr Pfeile. Oh, jetzt sei noch mehr. Oh, aber ist der jetzt rausgekommen? Der durfte nicht rauskommen. In einem Wassergebiet. Hast du alle umgebracht? Nee, ich muss erst mal... Jetzt guck... Erst sind... Alter, verstehe ich nicht. Erst sind die nicht rausgekommen? Joach. Was? Alter, hast du mich jetzt erschrocken? Joach, hab halt alles verpasst, ne? Warte. Sind alle dort. Hier kann man messern. Hier kann man messern. Ja, mach nur. Ich probiere erstmal hier den Fernseher kaputt machen. Wie krieg ich den aus dem Wasser raus? Verdammt. Ich glaub, der Baum, der spielt noch Musik ab. Der spielt was? Der spielt einem Baum Musik ab. Ich pack mir hier ganz genau rum. Ja, die klappen hier. Mhm. Es gibt ja viele Häppchen, die hier rumliegen. Ich glaub, denen ist alles nicht zu trauen. Oder doch, die Speckwürfel gehen schon. Ach, ne Platine vom Fernseher. Ich verstehe. Und den Baum ernten? Nee. Ein Krach aus dem Baum. Hier. Warte von Edward poften. Virginia poften. Virginia poften. Die von Virginia kann ich gar nicht einsammeln. Nee. Konntest du die einsammeln? Nee. Filtration. Noch was in meiner Flasche? Jo. Okay. Da hab ich nix mehr. Verdammt. Dann müssen wir Dosen trinken. Hier stehen noch Energy Dosen. Ja, hab ich schon alle eingesammelt. Was hat das gemacht? Ja, durchgelaufen. Jetzt mal eine Delikatesse in den Hals schieben. Le Auster. Ach ja, hab ich auch grad von uns irgendwo aufgesammelt. Ja, bevor wir da irgendwie am rumgammeln sind. Ja, relativ schnell immer. Ja. So, ging das hier noch irgendwo weiter oder war das nur, wo der abgetaucht ist? War da nur, da war da nur abgetaucht. Seher nicht weiter, oder? Ah doch, hier geht's weiter. Bist du im Wasser? Nein. Wo noch Dinge? Ach, da hinten bist du noch. Such die blöden Coins. Äh, ganz links. Ach ja. Äh, und? Willst du mir den Coins machen? Also die Molotows haben überhaupt nicht so richtig funktioniert. Okay. Ja gut, das war wahrscheinlich, wo dann die Albinos aufgetaucht sind. Da wär's wahrscheinlich ne gute Option gewesen. Ist halt ein bisschen zu brennen. Ja, aber die waren immer viel zu schnell. Schneller werfen. Bauen wir jetzt auch hier 4C Haftbomben. Ja, aber gar keine mehr. Die haben auf jeden Fall richtig Schaden gemacht. Damit hast du einiges weggespringt. Ja. Weggespringt. Sowas fehlt mir jetzt noch. Egal. Aber, aber... 3 Stück hab ich. Ja, mehr geht auch gar nicht. Kann sich auf Tasche legen. Reichlicher Kollege. Wie geht's weiter? Ja, irgendwo ist ja das Team hinten geschwommen. Ja genau, hier hinten. Boah, irgendwie noch 3 Sauerstoffflaschen auf Tasche. Ja, ich auch. Der hat die jetzt wahrscheinlich automatisch ausgerüstet. Die neue. Weil meins war ja alle. Achso. Bei meins noch nicht. Letzte Mal. Jetzt auf jeden Fall wieder raus aus dem Wasser. Schön. Seh ich nichts mehr. Perfekt. Oder es ist dunkel. Keine Ahnung. Oh. Oh. Guten Tag. Oh. Oh. Hast du dich drüber nachgedacht, was du machst? Nicht? Oh. Oh. Nachladen vergessen. Der hat sich gar nicht. Alter. Das hat. Hast du Schrot geschossen? Ja, aber auf den. Du warst ja nicht im Weg. Ja. 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 Ich fall. Wow. Das hat. Wow. Hast du doch was abgekriegt? Ja. Okay. Okay. Da hätten sich vielleicht auch die Flintenlaufgeschosse gelohnt. Keine Ahnung. Ich habe gerade mal eine Flinte reingeladen. Ich weiß nicht, mit was ich geschossen habe. Definitiv Schrot, weil er stand daneben. Ja, aber der hat eigentlich vom Schaden her das alles abgekriegt. Deswegen. Nein, hat er nicht. Hm. Ein, zwei Pellets werden mich schon gestreift haben. Ja, wenn es nur ein, zwei Pellets sind. Das geht doch. Machst den Pelletofen und dann würdest du wieder wahren. Das Tolden Muni wäre cool. Hm. Ist das ein Ausgang oder Wasser? Ach ne, ist einfach nur eine Spiegelung. Also Gas geben hier. Wollen wir da gar nicht vorwärts. Hm. Spinnweben. Guck mal ein Schlitz. Sieht aus wie ein Ausgang. Oh, ist sogar hell. So, hat sich jemand gemerkt, wo wir geparkt haben? Wir haben geparkt? Eigentlich schon. Ach, das sind... Ach, hier. Da sind wir rein, ja. Und ich daran erinnere das, wo wir die hier schon mal gelootet hatten. Das war die... Wo wir dachten, das ist einfach nur eine sinnlose Höhle. Dabei war das der Ausgang. Oh, dann passt das wenigstens mit dem Kart hier. Ja, 6.51 Uhr. Kann man den ganzen Tag machen hier. Aber wie gesagt, ich habe so viele Energies gesoffen, ich habe hier alles voll. Also zwar alles lila, nix grünes mehr dabei, aber gut. Nö. Ja, auch nicht. So, dann haben wir Paften getötet. Äh, Moment. Aber das gab halt auch kein Reward. Nix, ne? Ja gut, dafür haben wir die Armbrust gefunden. Ja. Also war das der Futterbunker? Okay. Äh. Ob meine Schrotflinte wieder da ist? Weiß ich nicht. Ich glaube, ne. Ich glaube nicht, wenn wir noch nicht gespeichert und geschlafen haben. Kann ich mir nicht vorstellen, aber ich kann ja mal zum X fahren. Limper de dimper. In der Zeit geh ich mal fix eine Rauchen. Du nimmst ja jetzt keine Camps mit, hä? Was für eine Camps? Na doch. Das, was ich finde, nehme ich alles mit. Wie Waschbären, Fami ausgeschalten. Bei Schiffen müsste ich irgendwie auch mal. Ich kann dich nicht ernst nehmen. Ich habe ein Reh getoastet. Oh. Gut, dann nicht, du Reh. Okay, dann war das doch eine ganz schöne große Höhle. Weil da, wo wir rein sind, das war ja ganz woanders. Ich kann eigentlich gleich hier so schräg durchfahren. Ja klar, die Rehe können durch die Bäume laufen. Den ist aber nicht ganz knusprig. Ja, mal weg. Au. Ups. Ja genau, das Camp ist nicht wieder belegt. Aber das haben wir ja eigentlich mehr oder weniger ausgeräuchert. Das haben wir ja eigentlich mehr oder weniger ausgeräuchert. Ja. 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 Ja.